Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Haselnuss-Nougat-Creme-Muffins. Haselnuss-Nougat-Creme-Muffins, die dunklen Muffins, sind ein leckeres Gebäck, leider auch sehr reich an Kalorien. Muffin ist die Bezeichnung zweier unterschiedlicher Arten von Gebäck, dem amerikanischen Muffin und dem englischen Muffin. Heute werden auch andere kleine Kuchen, die nicht nach dem Rezept des amerikanischen Muffin, sondern aus Rührteig hergestellt wurden, aber die gleiche Form haben, als Muffin bezeichnet. Für 21 Stück werden folgende Zutaten benötigt. Muffins 200 Gramm Weizenmehl Type 405 Packung Backpulver 150 Gramm zimmerwarme Butter 190 Gramm Zucker 10 Gramm Vanillezucker oder eine Packung Vanillezucker 5 Eier 200 Gramm gemahlene Haselnüsse 100 Gramm gehackte Haselnüsse 250 Gramm Quark Halbfettstufe 20% 200 Gramm Haselnussbrotaufstrich Förmchen Butter zum Einfetten der Förmchen Folgende Utensilien werden benötigt Backgitter 30 Muffinförmchen aus Silikon Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen mit einer Schüssel Handrührer mit Rührbesen mit einer Schüssel Teigschaber Schneebesen Küchenwaage Schüssel Zubereitung Vorbereitung Alle erforderlichen Zutaten genau abwiegen und bereitstellen Das Backrohr auf 180 Grad Celsius vorheizen Die Förmchen mit Butter einfetten Das Backgitter oder Blech auf die mittlere Schiene geben Muffins Die Nüsse Das Mehl mit dem Backpulver in einer Schüssel gut vermischen Die Butter mit Zucker und Vanillezucker schaumig rühren Die Eierpoi-Apoi zugeben Danach den Quark mit der Nougatmasse zugeben Die Maschine kräftig rühren lassen Schließlich das Mehlgemisch portionsweise zugeben Den Teig in die Förmchen füllen Die Muffins auf mittlerer Einschubleiste in 20 bis 25 Minuten nicht zu braun backen lassen Siehe Holzstäbchentest Zubereitung Der backfertige Teig und Punkt Die fertig gebackenen Muffins Als Beilagen eignen sich Kaffee, Tee oder heißer Kakao Schlagsahne oder Vanillesahne Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!